Hallo, hier ist der Mathe von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 14.11.2024 und unser DAX erstes Mal ein bisschen weggerutscht unter der 19.000 und das macht jetzt hier interessant hinsichtlich der Bewertung. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass das neue Tief eben einfach so wieder hochgekauft wurde und dass das die Chance oder die Möglichkeit bietet, dass da einfach jetzt Käufer reinspringen und ihn probieren wieder hochzuziehen, ja, dass sie ihn wieder probieren hochzuziehen Richtung 1.50 und 2.20 und dann hatten wir uns gestern darüber unterhalten, dass an den Stellen dann eben wichtig werden sollte, dreht er dort wieder ab, also dreht er sich an der 1.50 wieder weg oder vielleicht an der 2.20, wobei ich schon gesagt hatte, dass die 2.20 dann eher vielleicht für das positive Szenario wichtig wäre, dass er von dort dann auf eine 1.50 zurückfällt und dann weiter steigt Richtung 4.20, aber er hat das nicht getan, er ist sogar unterhalb der 19.1.50 weggedreht, hat es also nicht mal bis dahin geschafft und dort schon die Kraft verloren, knapp 25 Punkte drunter, ist dann wirklich kläglich abgekleckert, so Stück für Stück sich immer weiter runter gehangelt und dann zack, neues Tief und flupp und da kam auch tatsächlich sogar mal ein bisschen Verkaufsdruck, aber er hat ihn nicht gehalten gekleckt. Unten hatten wir gesagt, ist die 900 wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so wichtig und wird eher durchlaufen werden, ich hatte die Idee, dass er dann vielleicht bis 800 fällt, aber auch hier hat er sich ein bisschen vorher gedreht, also so wie hier oben da sich ein bisschen was weggespart hat, hat er sich auch unten ein bisschen was gespart und doch deutlicher wieder zurückgezogen, wie das hätte sein dürfen, das muss man ganz klar sagen, also auch wenn ich jetzt hier eine Linie ziehen würde, auf die Tiefs liegt der Tagesschluss nahezu fast auf der Linie, ja, also das ist, gut, wenn man sich punktgenau nimmt, dann ist er einen Ticken drunter, aber Fakt ist ja, dass der Markt sich hier dann ab, ich sag mal einsetzen, im Reishandel wieder drüber gezogen hat, also er war auch drüber, er war sogar kurzzeitig wieder im Tagesplus, ja, also im Tagesgewinn, in einem grünen Tages, wir können ja mal kurz gucken, ist die grünen geworden noch, ich glaube sie ist jetzt rot, aber er war kurzfristig sogar auf einer grünen Tageskerze und das macht es auch hier ja interessant aus unserem Tagesstart, weil wir ja hier gesagt hatten, wenn er denn mal irgendwie aus dem Band rausfällt und aus dem Band schließt, macht er sich nach unten den Raum auf, er scheut sich da noch dolle, genau den gleichen Eindruck hat man bei den Amerikanern plus andersrum, ja, also die sehen eher aus, wir wollen sie oben raus und zögern damit aber so ein bisschen und kommen immer wieder so ein bisschen zurückgestrubbelt, wie als können sie sich doch nicht frei entfalten und so wirkt es natürlich hier auch vermutlich eben, weil die Assets trotzdem noch irgendwo global aneinandergekettet sind und das natürlich in einem Markt viel schwerer fällt, unabhängig voneinander zu agieren, ja, als wenn die Amerikaner oben rausfahren, dann hat es der DAX schwieriger unten rauszufallen, weil ja in vielen Baskets, die Leute kaufen, die amerikanische Titel kaufen, auch die ein oder anderen europäischen Aktien drin sind, auch mal eine Allianz mit drin ist und ein SAP mit drin ist und schwuppdiwupp, vielleicht auch eine Siemens bringt das dann wieder push im DAX mit rein und zieht ihn dann wieder nach oben zurück und deswegen fällt er hier momentan zu dusselig. Sollte der aber dranbleiben und die Amerikaner da oben dann einen Abbruch machen und ein bisschen mehr in seitwärts oder abwärts eintauchen, hat er schon die Möglichkeit hier ein bisschen Sport zu machen. Ich bin aber vorsichtig, wenn ich so ein Verhalten in der Abwärtsbewegung sehe, bei der die Tiefs sehr flach aneinandergereiht sind, ja, also, ähm, wie könnte man das jetzt, wartet mal, ich mal mal kurz ein bisschen was, das machen wir zwar sonst eigentlich immer eher nur in unseren Webinaren und gar nicht in den Morgenanläsern, aber ich will das vielleicht zur Verdeutlichung zeigen, also wenn ein Markt fällt und hat eine gewisse Bewegungsdynamik, ja, und wir haben die Tieffolgen, dass er uns sagt, okay, ähm, das ist jetzt ein Tief, das ist ein Tief, ja, und, äh, das ist ein Hoch, das ist ein Hoch und die Hochpunkte, die fallen von einem Hoch zum nächsten, ja, fällt, fällt, fällt und die Tiefpunkte dazwischen haben aber keine Schnittmenge mit dem, ja, also das, 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 das gegenüberliegende Tief hier dazwischen schneidet sich jetzt quasi nicht mit diesem Hoch, ja, auch nicht mit dem, was ja grundsätzlich geht, aber wir haben keine Schnittmenge hier dazwischen, dann, dann ist das in der Bewegung, wo ich viel freier in den Markt auch selber viel aktiver in den Short reingehe, weil das eine schöne Abwärtstrendbewegung ist, wenn man allerdings eher sowas sieht, wo man eine hohe Überschneidung mit den Tiefpunkten hat, so, dann ist das häufig, häufig, nicht immer, aber häufig eben untergeordnet, vielleicht aus einem vorherigen Anstieg kommt eine Flagge, ja, die dann einfach oben und unten irgendwo eine Grenze hat und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem der Markt einfach resigniert und eben unten einfach aufhört weiterzufallen, weil er merkt, er kommt einfach nicht raus, weil er immer wieder gekauft wird, läuft an die Oberkante zurück und dann kommt es irgendwann zum, ah, jetzt habe ich den falschen Stift hier drin, dann kommt es irgendwann zur Musterauflösung, egal, ob das dann in der Verkeilung ist oder in der Range oder in eine Flagge oder wie auch immer und dann plus hat es den Markt oben raus und dann geht er in dieses Bewegungsverhalten, was ich hier links gemalt habe, nur andersrum rein, ja, und macht dann den zack, 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 zack und steigt immer weiter, was dann natürlich attraktiv für Longpositionen auch ist, ja, und momentan befindet sich, wenn man das jetzt hier so ein bisschen daneben liegt, wartet, das wollte ich jetzt nicht, wenn das jetzt hier so ein bisschen daneben liegt, hier von oben, dann seht ihr das halt, ne, also hier der Tiefpunkt, hier der Hochpunkt, hier wieder der Hochpunkt, hier der Tiefpunkt, jetzt hier wieder, das ist halt so ein riesen Rumgeschramme, ein relativ kleinem Timeframe, was eher darauf hindeuten könnte, dass wir hier einfach, ähm, vielleicht in einem Konkurtermuster noch immer stecken, vom letzten Hoch, das, ähm, ist keine Garantie, das kann man so nicht pausalisieren, ja, der Markt kann tatsächlich in vielen Fällen auch einfach so ein Bewegungsmuster nach unten auflösen, also die vorherige Bewegung ist quasi so, ja, und das Üblichste, was der Markt macht, ist hier unten sich irgendwo seinen Tief zu suchen und dann in die Aufwärtsbewegung überzugehen, aber es gibt auch Situationen, da fällt der Markt einfach aus dieser Unterkante nachher raus und beginnt dann die Trendbewegung, also die Dynamik nach unten aufzubauen und in eine schöne Abwärtsbewegung reinzufallen, wo man nicht mehr diese Schnittmenge zwischen den Hochs und Tiefs hat, aber ich glaube, dass das erst unterhalb einer 18,538 oder 18,560 oder was wir hier auch immer gesagt haben, einsetzen wird, ja, also der hat hier, ist ja einfach für viele noch offenbar zu günstig, attraktiv zu kaufen, sie wird dann hier noch ihre Chance, insbesondere wenn sie sehen, dass die Amerikaner drüben ein bisschen positiver gehandelt werden, ja, und viele Assets vielleicht eher Mittelzuflüsse haben als Abflüsse, ja, dass der eine oder andere Anleger dann wirklich da sitzt, auch von den größeren institutionellen Kunden und sagt, ja, warum soll ich jetzt hier aus meinen Positionen rausgehen, da ist noch Chance, Rendite drinne bis Jahresende, die ich kriegen kann und dann bleiben die einfach drinne, ja, und deswegen ist das sehr, sehr interessant einfach zu beobachten, wie der Markt jetzt hier momentan auf den Tiefs reagiert und er kauft sie momentan noch hoch, das muss man einfach ja auch sagen, ja, auch dieses hohe Hochziehen hier, wir hatten das heute auch im Premium-Dienst hier unten im Tief dann nochmal thematisiert, dass der, ja, im Grunde genommen für eine schöne Abwärtsbewegung hätte, einfach von unten in den 29 ran gemusst und wieder runter, aber ich habe schon geschrieben, dass einfach viel zu oft dieses Stänkern hier noch drin ist, ja, dass er so weit hoch zurückkommt und auch hier dieses Überstoßen des alten Doppelbodens, das ist einfach schon wieder so ein richtiger, das, da ist noch so viel Kaufkraft drinne halt, ne, und die muss irgendwie weichen, die muss irgendwie weg, ja, sonst kriegt der wohl oder übel irgendwann wieder so einen dollen Drall nach oben rein und zack, ist plötzlich dieses Gap da oben wieder zu und wir stehen bei 4,20 und halten uns darüber, wie wir oben vielleicht ausbrechen könnten, ja, und deswegen muss man Stand hier zum Donnerstag wieder ganz klar abgrenzen und sagen, hier ist auf beiden Seiten Momentum drinne und er braucht nicht viel, um oben raus hier zusammen zu können, ihm wird er am Donnerstag schon ein Überbieten von 19,50 reichen, um sich nach oben hin, das Potenzial zu erarbeiten, wieder in die 19,50 und 19,20 reinzugehen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die 2,20 dieses Mal dann auch als Short-Marke zählt, also als, 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 als negativ, für ein negatives Szenario auch herhalten kann, ja, weil, wenn man die Bewegungswellen hier so anguckt, hoch, runter, hoch, würde das so gut, also relativ gut in den Zielkorridor reinpassen, für den Bereich um 1,50, 2,20, sodass er von dort auch nochmal hart runterkommen kann, aber man muss eben ganz klar sagen, kommt er dann hier durch, durch die Zone 1,50, 2,20, ist die nächstinteressante Zone erst wieder bei 4,20, ja, und da oben sieht die Welt wieder ganz anders aus, dann sieht er wieder ganz positiv aus und wir reden über eine 600, 730 und ein neues Allzeit hoch, ja, und der, der Grad ist relativ schmal, weil wir unten einfach nicht wegkommen, er kommt hier nicht so richtig raus, ja, also er gibt sich Mühe, er probiert das, aber da ist immer wieder jemand da, der ein neues Tiefkopf, und das müsste einfach mal aufhören, er müsste sich mal unten ein bisschen verbarrikadieren und, und auch mal alte Tiefpunkte von unten abwehren, also gerade hier sowas, was ihr hier habt, hier, was ist das, was ist das für ein Tief, mach mal ganz genau, das ist das Tief bei, wartet, ich suche es gerade noch da oben, 18,69, wenn der zum, zum Donnersag jetzt runter, sich runter streckt, und da darf man ruhig schon unterhalb von 69 das Positiv werten, wenn der unter 69 nach unten drückt am Donnerstag und er kommt kurz hoch, dann muss so eine 960 von unten kommend auch nach unten abgewährt werden, gelingt ihm das, seht ihr das, seht ihr das, dass der drunter geht, unter die 960 Arbeit nach unten, keine Ahnung, bis 900 oder was auch immer, kommt hoch, drückt sich an die 960, dreht sich dort um, fällt wieder unter die 900, ist das negativ zu werten und führt zu weiteren Tiefs, rein in die 800, rein in die 760 und dann über die ganzen kleinen Zwischenstationen, die ihr ablesen könnt, bis darunter auf die, hier, rein in die 530 unten schön aus dem Band rausfallen, bis hier gut und gerne 560, 530 erstmal, ja, und dann ist da auch mehr Platz unten, aber er muss das erstmal machen, ja, er muss erstmal hier die Drehung besiegeln, rauskommen, das untere Band aufreißen und sich für ein Fallen einfach mal qualifizieren, nicht nur dieses Gestocher, weil, wenn, umso länger der so rumstochert, wie er das jetzt macht, umso eher passiert das, was ich euch vorhin gerade hier in das Papier reingemalt hat, dass wir dann das hier kriegen, das oben rauskommt, ja, und deswegen ist das, ist das wichtig, wie er auf den neuen Tiefs reagiert, ja, man muss dann sehr genau hingucken, beobachten, ja, und, ähm, man kann den hier punktuell noch nach unten gucken, aber sobald da richtig Dynamik dann auf die Oberseite kommt, wäre ich vorsichtig, ja, weil das dann schnell auch wieder auf der Oberseite sich entladen kann, ja, aber guckt man genau hin, also gerade so eine 960 von unten oder sowas, das wäre wirklich schön, neue Tiefs sind immer gut, tiefer hoch, tiefere Tiefs, um weiter runter zu kommen und dann wäre das erstmal ein größeres Ziel, was wir erreichen könnten, ja, aber dafür brauche ich ein unter einer 960 wieder nach unten arbeiten und nicht oberhalb von, was hat man gerade gesagt, oberhalb von 1950, also oberhalb von 1950 ist schon, das ist mir schon, einfach schon wieder zu, zu positiv, ja, gut, ich würde es dabei dann belassen, ich denke, das passt eigentlich ganz gut, Tagestatt haben wir uns angeguckt, das haben wir uns angeguckt, oben, die Kanten sind bekannt, 220, 150, das ist ein ganz wichtiger Bereich, 420 ansonsten das Folgeziel, unten haben wir die, äh, die nächste Station bei 867, ja, bis dann 670, 600 und rein in die 560, 530 und, äh, ja, macht was draus, ja, viel Erfolg, guckt ein bisschen auf die Stundenkerzen am Donnerstag, die sind eigentlich schon immer schöne, schöne Indikatoren und geben gute, guten Drive, in welche Richtung der Markt sich bewegt, ja, ich wünsche euch was, bis morgen, tschüss. Vielen Dank, auf.